Ich grüße dich und freue mich, dass du da bist. Ein Teichklumpen? Würzige Hackmasse? Ja genau, heute zeige ich dir Empanadas, gefüllte Teigtaschen, die ich auf meine Art gewürzt habe. Ich würde sagen, fangen wir an. Und für den Teig brauche ich weiche Butter, dann habe ich Mehl Typ 00, du kannst auch Weizenmehl 405er nehmen, dann noch Backpulver, Salz, ein Ei und etwas Wasser. Das Mehl mit dem Backpulver siebe ich mir erst einmal durch. Ein kleiner geschichtlicher Ausflug nebenbei. Den Ursprung dieser Teigtaschen, den findet man in der Provenz Galicien in Spanien. Und von da aus verbreiteten sich diese leckeren Happen über die Balearen und schließlich in die ganze Welt. Traditionell bestehen sie aus einfachem Rinderhack, der im Blätterteich eingewickelt wird. Zurück zum Rezept. Die zimmerwarme Butter zerkleinere ich mir und knete dann alles zu einem geschmeidigen Teich. Dieser wird dann auch kurz beiseite gestellt und weiter geht's mit den restlichen Zutaten. Das Wasser, Salz und Ei füge ich zusammen und schlage kurz auf. Die Mengen übrigens zu den verwendeten Zutaten findest du in der Videobeschreibung. Klick dort auf den Link, der dich zu meiner Homepage führt und dann direkt zum Rezept führt. Diese Flüssigkeit gebe ich zum beiseite gestellten Teich und knete sie gut mit ein, bis daraus eine klebrige Teigmasse entsteht. Und bevor es dann gleich mit der Füllung weiter geht, wird der Teig in Klarsichtfolie eingeschlagen und für rund eine Stunde im Kühlschrank durchgekühlt. Machen wir jetzt mit der Füllung weiter. An Grundzutaten für diese Füllung brauche ich Zwiebeln, eine rote, Spitzpaprika, Rinderhack, Salz und Pfeffer, ordentlich Tomatenmark, zwei Eier und Paprikapulver. In einer beschichteten Pfanne bringe ich Olivenöl auf Temperatur und gebe dann die gewürfelte Zwiebel dazu. Alles schön gleichmäßig verteilen und dann kann auch schon das Rinderhack mit hinein. Auch das Hackfleisch wird in der Pfanne gleichmäßig verteilt. Verliert die Hackmasse langsam an Farbe, folgt die Zugabe von Tomatenmark. Und auch einen Schuss Weißwein rühre ich mit ein. Den kannst du aber auch durch Rinderbrühe ersetzen. Es spielt keine Geige, für welche Variante du dich entscheidest. Beide Flüssigkeiten sorgen für mehr Würze und ich lasse sie in der Pfanne quasi verkochen. Zum Auskühlen gebe ich die Masse nun in eine Schüssel, verteile sie gut an den Rand, sodass sie schneller auskühlen kann. Und dann kommen auch so langsam die restlichen Zutaten für die Füllung dazu. Die gewürfelten Paprikastücke, das Paprikapulver, Salz und auch der Pfeffer. Schwingen wir den Kochlöffel und rühren alles wieder gut unter. Zwei Eier habe ich dann noch dazugegeben und wieder untergerührt. Und dann festgestellt, dass mir die Masse viel zu glitschig und flüssig ist. Und somit habe ich für eine festere Konsistenz Parmesankäse dazugerieben. Den Käse dann auch nochmal gut unterrühren, bevor wir uns dem Teich widmen. Der Teig ist gut durchgekühlt und wird aus der Folie gepellt. Auf einer bemehlten Unterlage nehmen wir uns ein Stück Teich und rollen diesen gleichmäßig auf etwa 2 cm Dicke aus. Hier werden dann mit Hilfe eines Ausstechers Kreise ausgestochen. Der restliche Teich drumrum wird beiseite gelegt und für weitere Kreise mit verbraucht. Pinsel die Ränder der Kreise mit Eiklar ein, sodass sie später nicht aufgehen. Und verteile jeweils einen Klicks der Hackmasse oben auf. Klappe den Teig zusammen, sodass ein Halbmond entsteht. Drücke die Ränder gut fest und schlage die Ränder dann nochmals vorsichtig ein. So geübt war ich nicht darin, wie man sieht. Doch beim Backen geht der Teig eh etwas auf, sodass es hinterher gar nicht mehr so ungleichmäßig aussieht. Alle Empanadas werden auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech gelegt und mit Eigelb bepinselt. Schließlich werden sie im 180 Grad Celsius vorgeheizten Backofen bei Ober- und Unterhitze für rund 15 Minuten gebacken. Und so schaut's dann fertig aus. Du kannst sie noch warm oder kalt wegsnacken. Dazu Dips, Chutneys oder Salat servieren. Probiere dieses Rezept gern aus und lass mir bei Gefallen einen Daumen nach oben und einen lieben Kommentar da. Hab eine schöne Zeit, wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn Du magst. Liebe Grüße, De Novi Tschüss, De Novi